Willkommen zu der Gruppe, willkommen zu Star Wars. Herzlich Willkommen zur Star Wars Gruppe der ersten Generation, so dass ich mich hier verkleide ich bin kein Cosplayer, ich gehöre wirklich dazu, ich habe also wirklich gearbeitet und als Fachfirma hat man sowas in der Hoffnung, dass sowas mal gekauft wird, aber in Wirklichkeit extra für diese Sendung, es wurde ja sehr oft schon gesagt, wegen dieser Star Wars Geschichte, 42 Jahre Star Wars, und wir, The First Generation auf Krieg dem Sterne, wir müssen uns ja leider verabschieden und ich habe immer das große Glück, wenn ich hier arbeiten möchte, wenn ich eine Sendung vorbereiten möchte, kommt diese super Elektronik, muss ich eben gucken, ob er mich da wieder angekultet hat, Ja, es kann meistens nie, aber ist egal. So, ihr seid zum Zweifel herzlich willkommen, ich möchte etwas klarstellen, so sieht er im Original ab, bunt, deutscher Geländer, also Filmautor, so sieht das aus, Filmautor, Spielfilm, ne, sowas trägt man, ich habe einen Ausweis, den kann ich auch gleich in die Luft halten, denn, äh, ich komme nochmal wieder, ne, ihr habt gesehen, das war die Vorbereitung, äh, die habe ich am Ende gepackt, da hab ich da, hatte ich, äh, habt ihr gesehen, dann passiert schon auch sowas, ne, also ich bin hier wirklich, äh, überall involviert, und ist halt so, aber ich muss mich ja eben dringlichst da an das Gebimmel, aber ist halt so, ich komme nach, äh, komm nachher wieder, habt ihr ja gesehen, und, äh, ich hoffe, die Sendung hat gefallen. Ja, 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 ja.